Jo Leute, willkommen auf meinem Kanal, ich zeige euch heute mal wieder den Shop. Doch bevor ich den Shop denke, wollt ich euch mal wieder so, könnt mich gerne abonnieren, wenn ihr keine Shop-Videos und andere Videos verpassen wollt. So Leute, so sieht dann der Shop aus, bei dem vorgestellten Gegenstände haben wir dann den ersten Realisantum, der war ja auch im gestrigen Shop schon drin, für 1.500 V-Bucks. Passen dazu hat er dann noch eine Spitzhacke für 1.200 V-Bucks. Bei den täglichen Gegenständen haben wir dann an erster Stelle Kürbisagent, für 1.500 V-Bucks, das ist ja der neue Skin. Zweiter Stelle haben wir dann eine Spitzhacke für 800 V-Bucks, setz ich dann so an. Dann an der dritten Stelle haben wir dann einen Hängeblätter für 500 V-Bucks. An nächster Stelle haben wir dann Sushi-Meister für 1.200 V-Bucks. An nächster Stelle haben wir dann Pompnecker für 500 V-Bucks. Und an letzter Stelle haben wir dann den Ruf zur Schlacht für 200 V-Bucks. So Leute, das war's dann mit dem heutigen Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst einen Leiter, abonnatürlich muss es sein und tschüss. Tschüss.